Wir kennen alle Leute oder Gemeinden, die gut angefangen haben, aber heute nicht mehr da sind. Egal in welcher Phase du dich befindest, vielleicht hast du gerade einen Dienst angefangen und du sagst, wie soll ich das überhaupt beenden? Wenn ich überlege, wie viel Stress ich habe, wenn ich überlege, was dieses Dienst von mir dann fordert, dann weiß ich nicht, ob ich überhaupt die Kraft habe, über das T-Linie zu bringen. Oder vielleicht bist du mitten im Dienst oder vielleicht bist du in der letzten Phase deines Dienstes und es beschäftigt dich, dass du überhaupt diesen Dienst zu Ende bringen möchtest. Du möchtest das gut beenden. Wir wollen dir an dieser Stelle helfen. Darum geht es bei dieser Conference. Es ist mir auch wichtig, dass wir Lebensphasen gut beenden, dass wir Gespräche gut beenden, dass wir Beziehungen gut abschließen, dass wir auch sehr viele verschiedene Dynamiken in der Gemeinde auch vor Augen haben und dass wir überlegen, wie können wir gut anfangen und gut beenden. Deswegen haben wir das Thema genommen, vollenden, gut anfangen und gut beenden, weil wir gerade das anschauen wollen. Bei dieser Conference wird es auch die Gelegenheit geben, dass du in Zoom-Conferenzen, in den Kleingruppen-Gesprächen die Möglichkeit hast, mit jemandem darüber zu reden und genau dein Problem zu besprechen. Wir wollen helfen, dass jeder, der teilnimmt an diesem Tag, weiterkommt mit seinem Thema. Darum geht es vor uns. Deswegen verpasst es nicht. Am 23. Oktober sei dabei. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf euch.